Hey Freunde, Peace in! Oder wie man das nennt. Es geht wieder weiter mit einem neuen Vlog. Und jo, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich einmal zur Challenge. Bis gleich! Und da bin ich schon mit der Moodbox. Schauen wir mal, was es heute für eine Challenge gibt. Ich werde das noch Zufallsprinzip machen. Also einfach mischen bis eine zufälligerweise rausfällt. Nehmen wir die gleich. Okay. Das Zitat erst einmal. Die Körper wären nicht schön, wenn sie sich nicht bewegten. Okay. Steine sind doch auch schön und die bewegen sich auch nicht. Also ab und nachdem. Heute Abend tanzt du, als ob das niemand zusehen würde. Okay Leute, Leute. Wenn es dunkel wird. Zeig mal ein paar Moves. Und die Copyright Free Musik läuft. Was ich wissen wollte, ist die Challenge 46. Nachdem heute Abend vertanzt du alles abnehmen. Also. Fortgehen kann ich ja nicht mit Omikron. Keine Ahnung. Viel Spaß dabei. Tschau dabei. So meine liebe Freunde. Jetzt tue ich meine vernachlässigten Pflanzen gießen. Schön gießen. Muss man alles schön gießen. Da mitten rein. Uuuuuh. Da patte sich schon aus. Da patte sich schon aus. Da 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 da. Das ist Profi. Da muss man Skills haben zum Pflanzen gießen. Das ist schon was ganz besonderes. Das ist ein. Ich weiß nicht, was euch da verschütteln. Uuuuh. 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 Schau. Die ist schon voll streckt. Vertrocknet die Arme. Gleich geht es weiter. Tschüüüüüü. Ihr Freunde. Was geht? Euer Wizard. Macht jetzt die Dance Challenge. viel spaß ich probier es einfach bevor ich anfangen wollte ich noch sagen ich habe knieschmerzen also es hat nichts zu raten mit mir los geht's so 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 Leute, ich habe mein Bestes gegeben, aber bis jetzt ist er schnell abgespielt und eine andere Musik runtergelegt, aber ich schicke euch ein Keks, wenn ihr eins von den drei Liedern erraten würdet, zu denen ich gedenzt habe, das wird natürlich viel kleiner, weil ich tue ich das nicht an die ganze Zeit, ich bin ein bisschen aus Atem, die ganze Zeit meine Moves zu zeigen, ganz auf jeden Fall, ja haut rein, bis zum nächsten Schnitt, ciao Leute. Ey Leute, erstmal mega danke für den Support vom vorigen Vlog, ihr seid wie dieser Donut, von außen schaut er schon richtig geil aus, aber dann Vanillefüllung, mehr brauche ich gar nicht sagen, einfach Vanillefüllung, geilen Schnitten, Donut, ihr. Leute, ihr seid der geilste Donut überhaupt, haut rein, bis zum nächsten Schnitt. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe euch hat dieser Vlog gut gefallen und ja, es war ein bisschen weniger, weil die Woche ist nicht wirklich viel passiert, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, wenn ja, lass bitte ein Like, Abo und vielleicht sogar ein Kommentar da, ich habe ein bisschen trockene Haut, das sieht man glaube ich eh auch im Video, aber irgendwie hilft eins schon mehr, naja, kein Ding. Okay liebe Freunde, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, heute ist Sonntag, nächsten Sonntag kommt der neue Vlog, haut rein Leute, ciao.